Er war noch Erster und am Schluss wurde er Erster, hat gewonnen, kommt aus St. Petersburg, Maka Nadorf. You know what? I love you. I'm hungry for your touch. Oh, such a long, lonely time. It's not working. And time. It's time to move on. So, so lonely. And time. Time can do so much. Why are you still mine? Because I need your love. Oh, mother, baby. You know what? I need you. 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 And time was bad. So I asked you. You know what? I need you. Amen. Jetzt kommt ein ganz interessantes Paar zu uns. Sie ist gebürtige Kanadierin, eher gebürtiger Däne und bis Januar 2018 liefen sie für Dänemark und legten bei den Europameisterschaften den siebten Platz. Jetzt starten sie für Kanada und haben auf Anhieb hier die...